Der Lions-Club Feldbach hat wieder zum traditionellen Ball geladen. Viele Mitglieder, Freunde, Förderer und natürlich Balldiger sind in das Feldbacher Zentrum gekommen. Präsident Alois Gölles begrüßt persönlich mit seiner Gattin die Ballgäste und dann geht es in den festlich geschmückten Saal, dekoriert vom Designer-Duo Andreas Stern und Rainer Böhm. Eine so große Veranstaltung braucht natürlich eine lange Vorbereitungszeit. Wir fangen im Jänner damit an, uns vorzubereiten auf den Ball. Dann gehen wir in die Sommerpause und nach der Sommerpause ist eigentlich nur mehr das Ball-Thema am Tisch. Traditionell wird der Ball vom Präsidenten eröffnet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich zum 13. Lions-Ball begrüßen. Die zahlreichen Besuche tanzen hier sozusagen für den guten Zweck. Bisher hat der Lions-Club Feldbach schon sehr viele Projekte unterstützt. So wurden im Vorjahr 47.000 Euro dafür aufgewendet. Der Großteil der Projekte fließt in die Region, in die Südoststeiermark. Circa zwei Drittel davon und ein Drittel geht in überregionale Projekte, wie zum Beispiel in den Nepal, wo wir eine Schule, einen Beitrag zum Schulaufbau geleistet haben oder nach Indonesien, wo wir einen Brunnenbau mitfinanziert haben. Die Gäste amüsieren sich prächtig. Und auch der Präsident des Lions-Clubs ist zufrieden, weiß er doch, dass wieder viele bedürftige Menschen von den Einnahmen des Balls profitieren werden. Und das ist die wahre Freude für die Verantwortlichen des Lions-Clubs. Aber jetzt war ich selber ein paar Mal dabei, wo man wirklich jemandem was gibt, ein Gerät, einen Behelf. Und das sind Schüler, die jetzt im Rollstuhl sitzen und dann einen Stehbehelf bekommen, damit sie besser lernen können. Also da bist du so, ich kann es nicht beschreiben, so ergriffen und so gerührt, dass du denkst, Gott sei Dank haben wir das gemacht. Und du fühlst dich fast so, warum können wir nicht noch mehr tun? Ich würde lieber noch mehr tun für solche Projekte. Der Lions-Club Ball in Feldbach ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Bezirkshauptstadt und in der Region und ein glamouröser Abend für den guten Zweck.